1 Minute 1 Minute 2 Minute 1 Minute 1 Minute 2 Minute 1 Minute 3 Minute Ihr habt eine Freigase Ja So, und jetzt haben wir hier Ich sagte Nummer 18 In der Sportklasse mit einer Frau ansteigen, die es irgendwie eilig hat. Das ist ja von der Sachstellung sehr mutig, aber sie hat leider den Golfball von den Pylonen geworfen. Das ist leider eine Schlafzeit. Ansonsten ist die Damm recht lockener. Oh, oh, oh. Pylonen tut. Pylonen tut.